hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge von let's play fortnite battle real ja mit dabei ist sebastian ellbjörn und exon hallo heute ist der dritte advent und wenn ihr im letzten video die 35 likes schaffen sollten ich weiß es nicht dann wird es auf jeden fall was besonderes geben was ich auch erwähnt habe ja heute mal fortnite weil jetzt drei folgen von also zwei beziehungsweise zwei folgen von gta kamen und erstmal jetzt fortnite so wir schauen was wir mit den jungs hier reißen können wir wollen natürlich den sieg ich muss nur sagen ähm mit den jungs heute also wir geben alles aber wir haben heute nicht so unseren tag komischerweise wir haben sehr wenige youtube benachrichtigung bekommen wenn ihr das wenn ihr wollt dass ihr nichts mehr verpasst ladet euch die youtube gaming app herunter nehmt da kriegt ihr nämlich immer eine benachrichtigung wirklich immer wenn ihr noch einmal ich sag's nochmal wenn ihr keine benachrichtigung bekommen ladet euch die youtube gaming app herunter das hilft mehr als das lohnt sich eigentlich einfach ja dritter advent jungs bald ist weihnachten die meisten feiern das ja ich nicht doch nein doch ironie ja war nettes hoch heute oder morgen morgen ich dachte danke nochmal an manche kommentare was ich von euch bekomme ich habe kommentare bekommen wie sehr unterhaltsam heute zum beispiel wieder ein bestes video unterhaltsam dies und das danke also dass ich leute unterhalten kann das hätte ich mir irgendwie denken können weil sonst hätte ich keine 1000 abonnenten aber dass ich auch dann jetzt noch immer noch so viele leute unterhalten kann das ist geil ja ich komme ja ich komme ja ich komme ich komme genau rechts könnt ihr mal voten was ihr zum vierten advent wollt youtube zuschauer ja sebastian gibt meyer hier ja das ist geil danke das ist geil warte warte wenn wir das kommt was geht so also wer will nach keine benachrichtigung kommt ihr müsst was ihr tun sollt an das kann ich euch nicht weiterhelfen youtube gaming app ist einfach geil einfach immer der benachrichtigung sofort und das lohnt sich ja auch ich bin mal zufrieden Abbringungen heute ist es nicht so da eine die Morkons hier rein hier noch verändern die ich habe schon wenn sie viel bekannt das war und dies gibt noch eine Sonne zuschauer stoppt mal das video jetzt stoppt mal das video und schreibt mal rein schaffen wir es oder schaffen wir nicht ehrliche meinungen haut ruhig raus ist überhaupt gar kein problem sagt einfach schaffen wir es schaffen wir es nicht und genau ich werde das video am sonntag gesehen und genau in einer woche ist es soweit da hab ich geburtstag oder am nächsten kurze dann die game caps auf jeden fall und lasst euch überraschen was so kommen wird hier wurde die salute hier wurde die salute ich habe angst bekommen ich gehe mal auch hier rein die grüne brauche ich nehme mal die neue waffe hier bald ein england wer benutzt denn doch wo ist der recht recht links links ist diese die oh mein gott bedauern als regels einer bis aber da ist noch einer weil ich habe granatenwerfer dauert ab Ich hab ihn, wir haben ihn angeschossen Ich wohne von irgendwo angeschossen Da hinten ist noch einer Hab ihn Der ist ein Bus Der ist ein Bus Die Sode kommt Ich hieß gar Jemanden Nimm die Ey, ich hab den gegeben des einem Typen Ey, ich werde das sehen Der ist einer, der ist einer Da ist ein Bus Da ist ein Bus Das ist ein Bus Ich mein, wir und Ja, weil die unter Bank ging Ich hab was zu dir und gesagt Ach so, ich dachte, ich soll dann nimmst du Bank gehen Oh ey, das ist aber auch schlimm ey Ja, wir haben ein bisschen Ja, wir haben ein bisschen Ja, das ist ja auch Was hab ich gerade gesagt, was du machen soll Ich weiß nicht, ich muss zur Bank gehen Ja, sagst du auch Ja, sagst du auch Dann haben wir mal mit dir im Zwischenzeitigen noch gesprochen Ach so, ich hab zu Banken Also, ich hab zu Banken Nee, du sagst nur so tun Also, wenn du bist Okay Nein Okay, ich muss zur Banken Das ist gleich Ich geh schon mal raus Ja, ich spiel so lange Ja, ich spiel so lange Runde Nummer 2 Wollen wollen wir gehen? Mir ist es egal Wollen wir mal zum Wald? Nee, das geht Komm Ja, da sind aber viele eigentlich Weil, soweit ist es ja gar nicht Nein Okay, wir machen es Aber Da gibt es gut Das ist gut Wir machen es Mann Ja, nee Ich hab' wir kommen sprechen Ich komme Ich eile Ich fliege Ich renne In der ersten Runde hat er mir viel geiler und loot Das haben wir irgendwie In den Haus ist einer Runde Der geht ein Was rein geht Das ist nicht Der den Scheiß rauf kann halten ey Bis rechts Oder? Der ist irgendwo hier Ich wusste Ich hab keine Wache noch Ich hab keine Wache noch Ich hab keine Wache noch Es ist hier Es hier Exxon Sehr schön Ja, auch so Ja, auch so Tschüss Weitere Killing, killing, killing Das war Ich hab' mich nicht Spiel jetzt Enderung oder sonst Sie Ach' ich hab' das Ich hab' das Warte, ich hab' 100 Exxon. Exxon? Exxon? Ey, blib ich jetzt! Perlissen! Perlissen! Warte, Polly! Was macht ihr? Ihr seid so dumm! Oh mein Gott! Da kommt eine fröhliche Belebe bei mir. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Lass uns umklingen. Das war's mit der Aufnahme. Überhaupt reine größte Sale. Und ja, tschüss!